Eine Vielzahl von Folgen der Serien Fury, Dr. Schnaggels, Fauna Iberica und der Augsburger Puppenkiste. Heute bringen wir den ersten Teil der Serie Fury mit dem Titel Fury in Gefahr. Im Anschluss daran seht ihr die Zeichentrickserie Dr. Schnaggels, an dessen Erfindung ihr euch in den kommenden Wochen erfreuen dürft. Und zu guter Letzt noch einige Geschichten von Wolf und Rüffel, die den Berliner Kindern schon seit langem im Regionalprogramm viel Spaß machen. Doch zuerst zu Fury. Wir wünschen euch viel Spaß.